Der Anstrich ist eigentlich gut gelungen. Sieht fast so aus, als wenn wir keine Beleuchtung mehr brauchen. So hell ist es geworden. Aber dennoch, irgendwo muss es einen Rahmen haben, wird ja auch mal Winter und Schnee kriegen wir auch nicht mehr, dass es ausgeleuchtet wird in der Reflexion. Aber dennoch, ich bin sicher, es wird sehr ansprechend sein, für all die Leute, die reinkommen. Es wird sogar so sein, dass Leute, die sonst nicht in die Kirche gehen, auch hier mal einen Blick gewinnen wollen. Und dann vielleicht auch zurückfinden in die Kirche. Was machen Sie im Augenblick hier? Im Augenblick, wir demontieren die alten Lampen, die auch nicht mehr aktuell brauchbar sind. Und auch die Effektzentren, die Reparatur, würde ja mal vielfaches höher sein, wenn da wahrscheinlich neue Leuchtung reinkommt. Moderner. Und eben auch wahrscheinlich von der Nutzung Licht mehr hergeben. Die Technik geht einfach voll an. Und auch besonders, was Licht, Energie angeht, ist die Auslösung ja doch um ein Vielfaches schon besser geworden, wie vor 15 Jahren. Oder die letzten, die hier vor 30 Jahren reingekommen sind. Er geht mal, dass eine neue Beleuchtung doch für die bessere Lösung ist. Oh, mein Gott. Er geht mal, dass eine neue Katze ist. Er geht mal, dass es heute wiederum. Er geht mal, dass es heute wiederum. Er geht mal, dass es heute um die Beleuchtung geöffnet wird. Vielen Dank.